Im heutigen Türchen geht es um dich. Einen ruhigen Moment in der Weihnachtszeit und den kannst du ganz wunderbar integrieren beim Essen. Atme einmal tief ein, bevor du etwas isst, spüre rein und stelle vielleicht fest, dass du einfach gerade nur zugreifst, weil der Keks, der Lebkuchen auf dem Weg ist, weil er dort liegt. Und wenn das der Fall ist, dann spüre hinein, ob du es wirklich essen möchtest oder nicht. Natürlich sind Kekse und Leckereien in der Weihnachtszeit genau wie immer sonst auch erlaubt. Und viele Menschen essen aber einfach zu viel davon und sind nach der Weihnachtszeit wieder unglücklich. Und deswegen lade ich dich ein, einfach in dich zu gehen, kurz zu spüren und wenn du zu diesen Menschen gehören solltest, sei nicht so streng mit dir, sei liebevoll, tu ein paar Mandarinen zu den Keksen, oder stell die Kekse, die Lebkuchen einfach in den Schrank und nimm sie genau dann, wenn du Lust hast darauf. Wenn es dich gut anfühlt und wenn du die Leckereien isst, dann genieße sie. Kaue gut und sei achtsam. So tust du dir etwas Gutes und deinen Körper auch. Ich wünsche dir ganz viel Freude und es gibt heute auch wieder was zu gewinnen. Und was das ist, liest du unten in der Caption.